so kleinen moment ich muss mal ganz kurz hier ich habe jetzt die musik ein bisschen leise gestellt sonst muss ich das nachher wieder so hoch und runterpegeln und bla 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 etc ich hoffe es ist nicht zu leise falls ja tut es mir leid so soviel dazu so hierhin also hier waren wir schon mal ein gutes zeichen eigentlich hier war man anscheinend noch nicht doch hier war man auch schon das ist ja nur so ein übergang wohin geht es denn hier da unten geht es zu lava hier geht es noch einen kleinen engen gang was bist du skelettreiter nee was ist das ich weiß nicht das ein zombie nein das ist eine hexe nein 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 bitte nicht nein 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 verzieh dich alter muss kurz was essen es tut mir leid dass ich mich jetzt hier so feige einsperren muss aber ihr wollt nicht dass ich jetzt hier sterbe das will ich selber nicht das leben deswegen warten wir lieber ganz kurz bis ich mich hier komm komm her wo bist du jetzt ja da bist du doch alter bist du hässlich ne 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 du schmeißt das ding nicht mach mir das kannst du vergessen mein junger freund dafür kriege ich einen erfahrungspobel ich glaube ich kotze nichts gibt es hier oben noch hier ist noch gold gold das ich vorher übersehen habe oder soll ich noch nicht gesehen habe pack 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 so wer gold ein zahlungsmittel in minecraft wäre ich jetzt reich hier ist ja immer noch gold ich werde auch dich abbauen noch kein spawner gesehen hier irgendwie oh das geht mir aber what the fuck was ist denn das jetzt schon wieder oh blaue creeper alter schwede ne 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 ok pass mal auf wir probieren mal was wenn jetzt einer von hinten kommt dann werde ich aber aggressiv der mich runterschuckt dann weiß ich das war's also eine ist schon mal kaputt ja wohl sehr gut hast du alle mitgenommen ja du hast alle mitgenommen ich kann jetzt habe ich hier nicht ich kann mich jetzt hier nicht langsam runter bauen doch kann ich ok den habe ich nicht gesehen alter hat den einer von euch gesehen ah meine nase die macht mich mal noch fertig irgendwann so ok so man ich finde glaub nie wieder nach hause oh ja bapsala ja ja komm komm du erstmal hier komm trau dich komm her ich habe gerade ein mega problem mit meiner nase die juckt das ist knall ich habe keine fackeln mehr ey jetzt werde ich aber gleich zum stier komm pass auf machen wir hier noch alle ist zwar jetzt nicht so geil aber wo 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 hinter mir wo ah da ok so labuslazi sag ich immer ihr werdet jetzt alle sagen nein das heißt so nicht du hast doch keine ahnung von minecraft ja ich habe keine ahnung aber ich stehe dazu bin froh dass ich so ein bisschen die rezepte im kopf habe und jetzt ist gleich meine eisenspitze kaputt und wir können uns dann wirklich so langsam von der höhle verabschieden das nehme ich natürlich auch mit obwohl das natürlich nutzlos ist so ich werde dich hier jetzt erstmal zumachen hier meine fackeln bauen gucken hier gibt es nichts scheiß dann gehen wir mal weiter hier wird lava sein oder ok hier ist lava und ich werde mich hier jetzt nicht lange aufhalten so ok ich werde jetzt hier hoch gehen und gucken wo ich rauskomme ich weiß nicht wo es herkommt ich sehe nämlich nur zu viel ok da ist ein zombie hier geht es hoch ich werde jetzt das hier mal kurz abbauen so gold ohne ende ok da geht es hoch und runter jetzt gucken wir mal kurz ob wir hier ich habe mir sagen lassen mit einer gold krone leuchtet man in der nacht wusste ich ehrlich gesagt auch nicht also wenn sich die reise nicht lohnt eh ok schnell ran und zu machen schnell 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 jawohl jawohl sehr gut ich gucke mich so lange hier mal kurz um so perfekt hier gibt es nichts außer das eisen nehme ich mir natürlich voll mit weil jetzt brauche ich nicht mehr anfangen hier irgendwie Sachen liegen zu lassen ok ok sehr gut jetzt rutsche ich mal hier runter und gucke wie weit die lava zurückgeschritten ist sozusagen da unten ist sie noch ist egal mein schwert gibt auch so langsam den geist auf sollte ich mich jetzt echt mal nach neuen dingen umsehen wir werden auf jeden fall eine ganze menge in den ofen schwierige situation geht das jetzt noch zurück ja das geht noch zurück perfekt ich dachte das geht nicht mehr zurück dann hätten wir ein problem gehabt aber habe ich jetzt hier eigentlich noch ja ich habe noch oh gott sei dank schon gedacht ich habe nicht mehr alle ok jetzt hat es doch tatsächlich den geist aufgegeben und jetzt müssen wir hier ganz kurz was machen und zwar werden wir uns jetzt hier eine werkbank zusammen basteln hier die knochen kann ich ja mal wegwerfen so mit dieser werkbank und pflastersteine machen wir uns jetzt mal hier einen ofen mit dem ofen tack tack tun wir jetzt ein wenig kohle rein und verfeuern wir mal die erste ladung eisen oh guck mal was ich sehe jawohl ich sehe was tolles sehr gut ich bin mir jetzt echt grad auch echt am überlegen ob ich mir jetzt eine richtung baue weil so langsam wird es einfach kritisch aber ich habe auch fast kein essen mehr das kann mir echt zum verhängnis werden so langsam ich weiß noch nicht wie ich das jetzt machen soll mit der axt kann ich das jetzt hier mal brauche ich das nicht mehr doch das brauche ich noch entschuldigung hier dahintun so jetzt werfe ich mal da unten was in die lava was ich nicht brauche unbedingt ups so feuersteine schwarzpulver verrottetes fleisch oh ne kartoffel das ist gut die lassen wir das ist sehr gut die lassen wir auf alle fälle während hier das ich kann mir doch währenddessen mal nein nein ich habe keine sticks mehr scheibenkleister kacke ich muss gucken wo ich jetzt holz her bekomme ok hier wieder ohne menge jede menge besuch wo ich mich natürlich tierisch drüber freue kacke kacke ich habe keine sticks mehr ich habe gerade gar nicht an die sticks gedacht mhm was machen wir denn jetzt ich will die diamanten nicht verlieren das kann doch jetzt nicht wahr sein mit stein brauche ich das gar nicht probieren kriege ich so nicht kaputt mist kann ich die hier irgendwie mit diamanten aufrüsten oder so ich weiß das gar nicht ich habe keine ahnung shit ein bogen habe ich auch bringt mir aber auch nichts ah man das ist jetzt aber echt ärgerlich ich kriege die mit dem nicht abgebaut oder da kommt aber kein diamant dann raus ich müsste ein ding finden ich gehe mal hier jetzt weiter mach das hier noch jetzt verfluche ich mich so ein bisschen hätte ich nur genügend holzdinger mitgebracht guckt euch das an eh ich muss jetzt einfach mal gucken ob ich hier na jetzt leckt es aber ich brauche noch ein bisschen holz das kann doch jetzt nicht daran scheitern hier jede menge gold jetzt finde ich jede menge gold eisen ich gehe mal hier hoch und Vielen Dank.